Die Europäische Bürgerinitiative Minority Safeback ist eine sehr bedeutende und erfolgreiche Bürgerinitiative. In relativ kurzer Zeit sind 1,2 Millionen Unterschriften gesammelt worden. Sie ist die fünfte europäische Bürgerinitiative und die erste erfolgreiche Bürgerinitiative der autochtonen nationalen Minderheiten. Als zuständige Sprecherin hier im Deutschen Bundestag unterstütze ich diese Bürgerinitiative sehr. Daher geht es doch darum, auf europäischer Ebene die Vielfalt in puncto Sprache und Kultur dieser Minderheiten zu erhalten. Und da bin ich natürlich gerne dabei.